So, in diesem Tutorial will ich Ihnen zeigen, wie Sie Datendateien zusammenbauen, wenn Sie mehrere haben, wie in den Tutorien. Als erstes öffnet man SPSS, irgendwo in dem Programm. Das habe ich jetzt schon mal gemacht, aber das finden Sie mit Sicherheit auch selbst. So, und jetzt brauche ich die erste Datei. Mit irgendeiner fange ich an. Im Prinzip ist das egal. Ich habe mir die Dateien mal aus einem Tutorial runtergeladen, habe sie ein bisschen anonymisiert und fange jetzt mit einer Datei mal an, klicke die im Datenmanager, im Dateimanager, in diesem Fall beim Mac, den Fallen da an. Das können Sie im Windows Explorer auch machen. Wenn das Programm gut installiert ist, dann führt ein Doppelklick dazu, dass die Datei direkt in SPSS geöffnet wird. Und da ist sie auch schon. So, jetzt können wir uns hier angucken, wie viele Variablen sind drin. Bei dieser Inhaltsanalyse ist das recht schlank, also nicht zu viele Variablen. Ich gucke mir dann diese Datei mal an, indem ich mir über die Datenansicht, hier unten einer von diesen Schaltern, und zwar der linke, den klicke ich an. Dann sehe ich die Fälle, Variablen und drinnen die Ausprägung. Und schaue jetzt mal, ob unten überflüssige Zeilen drin sind. Nein. Wenn ich jetzt mal nach ganz rechts gehe, schaue ich mal, ob da leere Variablen drin sind. Auch da wurde nichts Überflüssiges hinzugefügt. Also mit dieser Datei kann ich schon mal arbeiten. Damit ich die Ursprungsdatei nicht überschreibe, speichere ich mir diese unter einem neuen Namen ab, und zwar für die Gesamtdatei, an die dann alle Dateien des Tutorats nacheinander angehängt werden sollen. Und zwar speichern unter. Jetzt gehe ich ein Ordner nach oben und sage Online-Anleitung. Ich nenne es mal IA-Gesamt. Die hatte ich schon mal. Und die überschreibe ich in diesem Fall, weil der erste Testlauf nicht so toll war. So, gut. Jetzt habe ich die erste Datei gesichert. Das ist die IA 2 gewesen. Und jetzt möchte ich die nächsten Dateien anhängen. Ich mache das mal für zwei Dateien. Die gucke ich mir auch erst mal an. In diesem Fall nehme ich die beiden Dateien hier im Dateiexplorer, im Finder in diesem Fall, und sage, öffne mir die beiden mal. SPSS tut das dann in neuen Fenstern. Und so kann ich mir die Dateien direkt angucken. So. Jetzt schaue ich mal auch hier unten. Keine überflüssigen Zeilen. Auch hinten bei den Variablen sieht es gut aus. Die Datei kann ich vom ersten Blitzblick her schon mal verwenden. Und was hatten wir noch? Die Datei IA Gesamt, IA 3 und IA 7 haben wir gerade offen. Also IA 3. Auch hier keine überflüssigen Zeilen, keine überflüssigen Spalten. Weiter geht's. Ja. So. Jetzt suche ich mir meine Ausgangsdatei wieder. IA Gesamt SAV. Daran möchte ich jetzt die nächsten Dateien anhängen. Jetzt gehe ich ins Menü, oben, Daten. Dann suche ich mir Dateien zusammenfügen und Fälle hinzufügen. Die Fälle für den ersten Codierer werden ergänzt um die Fälle der anderen Codierer. Also hier draufklicken und wenn man die Dateien geöffnet hat in SPSS, bekommt man sie oben in der Ansicht. Wenn man noch nichts geöffnet hat, muss man sie sich hier unten als externe SPSS-Dateien noch suchen. So. An die zwei will ich jetzt mal anhängen. IA 3. Und klicke auf Weiter. Jetzt habe ich ein Problem. Das habe ich mal künstlich produziert. Das war gar nicht in der Datei. Titel und Titel sind nicht gleich lang. Das heißt, ich sehe, zwei Variablen können nicht gepaart werden. Die passen irgendwie nicht zusammen. Die anderen Dateien, die anderen Variablen passen schon zusammen und können zu einer Datei zusammengefügt werden. Was mache ich jetzt? Ich sehe Titel, da stimmt irgendwas nicht. Das gucke ich mir jetzt nochmal an. Gehe hier auf Erstmal noch Abbrechen und schaue jetzt mal, was ist mit den Dateien los. Warum können die nicht zusammengefügt werden? Das Typische, weshalb eine Variable nicht funktioniert, ist immer dann, wenn es eine String-Variable ist, also Zeichenfolge. Und wenn diese Zeichenfolge nicht die gleiche Spaltenzahl hat. Also hier steht Spaltenformat. Das Spaltenformat muss bei den String-Variablen identisch sein. Das ist eine Macke von SPSS. Jetzt schaue ich hier in die erste Datei, in die IA Gesamt. Wie lang war es denn da? 99. Jetzt suche ich mir die Datei raus, mit der, die ich da hinzufügen wollte. Und schaue mir auch die Variablen-Ansicht an. Also unten rechts draufklicken. Und bei Titel steht hier Zeichenfolge 100. Deshalb passt es nicht zusammen. Das reicht schon als Problem. Hier trage ich also 99 ein. Wenn Sie so etwas in mehreren Dateien haben, eigentlich ist es immer besser, die höhere Zeichenfolge zu nehmen. Also die höhere Anzahl von Fürspaltenformat. In diesem Fall weiß ich aber, alle anderen Dateien sind auch mit 99 und das ist eigentlich alles ganz okay. Und das speichere ich jetzt, kehre dann wieder zu meiner Gesamtdatei zurück und versuche nochmal Dateien und dazu Dateien zusammenfügen, Fälle hinzufügen und jetzt IA3.sav, die ich gerade korrigiert habe. Und wunderbar, nicht gepaarte Variablen gibt es nicht mehr. Alle Variablen sind in neuem, aktiven Dataset vorhanden. Und ich drücke OK. Was passiert? Hier sehe ich nicht viel. Wenn ich in die Datenansicht gucke, sehe ich habe die erste Datei des ersten Coders und des zweiten Coders. In diesem Fall eigentlich Coderinnen, was ein bescheuertes Wort ist. Egal. Jetzt füge ich die nächste Datei an. Und zwar suche ich mal wieder Dateien zusammenfügen, Fälle hinzufügen. Und in diesem Fall IA7. Ist da alles OK. Nicht paarige Variablen. Klingt auch komisch. Gibt es keine. Alles gut. Variablen in neuem, aktiven Dataset. Alle sind drin. Wunderbar. Drücke ich auf OK. Und schon wird die nächste Datei hinzugefügt. Das machen Sie dann mit allen Dateien, die Sie so haben und haben dann einen Gesamtdatensatz. Das war es erstmal zum Zusammenfügen. Gleich geht es weiter mit den ersten Bereichen.